So, falls ihr euch jetzt wundert, warum jetzt hier auf einmal ein Spider-Man-Bild ist. Ich möchte ganz kurz noch mal vorher erwähnen, dass ich Spider-Man Livestream werde, wenn es rauskommt. Vielleicht auch einen Tag früher, ich weiß ja nicht, wann es rauskommt genau. Auf jeden Fall werde ich es doch mir holen. Ich habe... Ne, das Spiel sieht einfach nur gut aus. Und ich mag Spider-Man eigentlich, so vom Typ her, deswegen würde ich doch ganz gerne dieses Spiel spielen. Und es ist auch ein guter Uwe-Blender für das nächste Thema, was als Video eigentlich gedacht ist. Und zwar die PS3 Roadmap. Ich habe ja schon mal zwei Roadmap-Videos damals gemacht. Das ist für Singleplayer eigentlich gewesen. Und ich hatte vor, dieses System eigentlich weiterzuführen. Dass ich eine Roadmap mache, wo ich die Singleplayer-Spiele zeige. Aber dadurch, dass Dark Souls 2 nicht wirklich aufnehmbar war, die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, wo ich noch aufgenommen habe, statt zu streamen, da haben 30 Sekunden gefehlt oder so, weil einfach mal Standbild war bei der Elgato. Und da war einfach irgendwas, war da nicht ganz richtig. Das war ein Software-Problem. Das ist auch nur einmal vorgekommen. Es lag auch nicht an Dark Souls 2 tatsächlich. Aber es ist vorgekommen. Und dann habe ich mir halt gedacht, hm, wie wäre es, wenn ich das mal streame? Wie wäre das? Und mir macht tatsächlich, mir macht Singleplayer-Spiele mehr Spaß beim Streamen als beim Aufnehmen. Abgesehen jetzt von sowas wie Nioh, Dark Souls. Hast du nicht gesehen, die ganzen Souls-Likes. Die werde ich weiterhin spielen. Und da kommt heute auch noch ein Video zu Nioh. Da werde ich nämlich den zweiten Run starten. Und zwar Nioh Weg des Starken. Könnt ihr dann heute auch gerne dann gucken, die Folge. Und bevor ihr jetzt die Roadmap nochmal seht, also erstmal seht. Sie steht so, wie sie jetzt hier ist, komplett fest. Das liegt nämlich daran, es gibt PS3-Spiele, die sind auf der PS4 auch vorhanden. Ich habe in dieser Liste zum Beispiel kein Uncharted mit reingenommen. Kein Devil May Cry mit reingenommen, weil es die alle für PS4 gibt. Ich habe kein... Was sind noch PS3-Klassiker, die auf der PS4 jetzt sind? Jak & Dexter ist auch auf der PS4. Habe ich ja auch nicht mit reingenommen. Ich habe noch sehr viele andere Spiele, die ich auch erstmal nicht reinnehmen werde. So was wie Ratchet & Clank zum Beispiel. Die gibt es nämlich, glaube ich, noch nicht auf der PS4, die normale Collection. Aber halt auf der PS3. Die habe ich aber nicht mit reingenommen dann in dieser Roadmap. Diese ganze Roadmap ist fokussiert ein bisschen auch auf God of War. Denn God of War gibt es nicht auf der PS4. Jedenfalls nicht 1, 2, Chains of Olympus, Ghost of Sparta und Senjin. God of War 3 schon. Und God of War 3 werde ich dann auch streamen. Deswegen wird das hier auch nicht mit dabei sein. Gleich, wenn ihr das Bild seht. Da sind ein paar interessante Dinge dabei. Und bei der PS3 kann ich diese Roadmap so stehen lassen. Weil A, PS3-Spiele werden nicht mehr produziert. Das ist das Gute. Ich habe jetzt nicht irgendwie den Druck zu sagen, oh Gott, ich muss das noch schnell let's playen, bevor das auf die PS4 kommt. Gut, bei Rage hatte ich das jetzt. Aber Rage kommt ja erst im Frühling. Ich glaube, es wird kein anderes nächstes Spiel geben, was auf der PS3 vorhin war und jetzt auf der PS4 dann kommt. Würde mich jedenfalls noch wundern. Deswegen bin ich da fester überzeugt, dass die Roadmap so wie sie ist jetzt stehen bleibt. Und so viele PS3-Spiele, die es nur auf der PS3 gibt, die habe ich nicht mal. Ich habe zwar sehr viele, aber die gibt es dann auch später halt alle für die PS4. Halt sowas wie Uncharted. Es sind einfach mal vier Spiele oder drei besser gesagt. Oder halt auch ein Jack and Dexter. Deswegen werdet ihr jetzt hier die Map sehen. Hoffentlich. Ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Ja, da ist sie. Die PS3-Roadmap. Rage ist so außen vor. Das ist ja gerade schon am Laufen. Danach werde ich natürlich mit God of War starten. Die ganze Map ist auf God of War ausgelegt. Weil ich gemerkt habe, God of War 4 kam gut an als Livestream-Projekt. Deswegen habe ich gedacht, komm, die ganze God of War-Reihe nimmst du auf. Ich kann ja PS3 leider nicht Livestream. Das geht ja leider nicht. Deswegen werden die PS3-Spiele die einzigen Spiele sein, die ich aufnehmen werde. Und Spiele, die danach kommen, sowas wie jetzt Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey, Spyro, die werde ich alle Livestream. Gut, bei Assassin's Creed Odyssey mal gucken. Ich habe Bock drauf. Nur, sowas wie Spyro werde ich dann auch nicht mehr aufnehmen, sondern auch streamen. Das liegt einfach daran, dass ich gemerkt habe, Story-Projekte zu streamen macht mehr Spaß. Es macht mehr Sinn. Es geht schneller vorüber, sage ich jetzt mal. Und ja, ich kann viel mehr reinpacken. Viel mehr Playlists machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal Assassin's Creed Odyssey, fünf Tage die Woche, drei Stunden dann streamen würde, zweieinhalb. Dann ist man in drei Wochen mit der Story auf jeden Fall durch. Plus Nebenmissionen vielleicht auch noch. Das ganz große Erkunden, mal außen vor gelassen. Es gibt ja sehr viele Truhen und alles mögliche bestimmt. Die werde ich natürlich nicht alle sammeln. Die werde ich dann oft kein machen. Aber die Story plus die Nebenmissionen, die werde ich euch vielleicht alle zeigen. Und eigentlich ist Assassin's Creed Odyssey auch ein gutes Endlos-Projekt, könnte man schon sagen. Weil es ist ja ein bisschen so aufgebaut wie ein The Witcher. Wird ja ganz gerne damit verglichen. Und The Witcher habe ich auch als Endlos-Projekt. Und nicht als Livestream, weil es halt einfach riesig ist. Und da muss ich noch nachdenken, ob ich das streame oder als Endlos-Projekt mit reinmache. Aber erstmal steht Streaming so gesehen mal fest. Gut, kommen wir jetzt zurück zu der PS3-Roadmap erstmal. Split Second kommt dann nach God of War. Split Second, für die, die es nicht kennen, ist, eigentlich heißt es Split Second Velocity. Aber ich habe keine Datei gefunden, die dieses Bild so hat. Ist ein Rennspiel, ein ziemlich cooles Rennspiel sogar. Ich habe es online damals sehr gerne gespielt. Ich habe die Kampagne zweimal auf 100% gerne gespielt, dreimal sogar. Alle Trophäen hatte ich da leider nicht. Und es war tatsächlich mein aller, aller, allererstes PS3-Spiel. Split Second, 2010. Ähm, ja, ich habe 2010 anscheinend meine PS3 bekommen. Vier Jahre später. Aber die war schon ausgereift. Gut, danach geht es gleich weiter mit God of War 2. Danach kommt Vanquish. Vanquish ist auch ein Spiel von Sega sogar. Äh, Sega sogar, hört sich ein bisschen komisch an. Ähm, also Sega. Ja, die große Sonic-Marke. Und, äh, Firma. Und Vanquish ist ein sehr cooles Spiel. Ähm, werdet ihr auf jeden Fall noch sehen, was es ist. Wenn ihr es nicht, jetzt sogar googelt, wenn ihr es nicht kennt. Danach kommt direkt God of War Ascension. Äh, Chains of Olympus meine ich. Ascension, ich bin so blöd. Chains of Olympus ist die Vorgeschichte von God of War 1. Dann geht es weiter mit Prince of Persia 1. Ja, ich habe Bock auf Prince of Persia tatsächlich. Mal wieder. Deswegen kommt das da. Dann kommt God of War Ghost of Sparta. Der Teil, der zwischen 1 und 2 spielt. Und dann kommt Castlevania Lords of Shadow. Auch ein Hack and Slay. Und danach Punkt, 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 Punkt kommt. Natürlich, richtig. Kein God of War 3. Denn God of War 3 wird in dieser Liste gar nicht vorhanden sein. Ich habe es ja schon erzählt. God of War 3 gibt es für die PS4. Das werde ich streamen. Deswegen wird es kein PS3-Spiel werden. Ähm, nach Castlevania kommt dann, glaube ich, Prince of Persia 2. Dann hätte ich noch andere Spiele. Irgendwann Prince of Persia 3. Und, oh, ups. Sorry. Bin da anscheinend rangekommen. Und dann irgendwie, äh, kommt dann Ascension erst. Aber dafür müsste ich erstmal mit dem Streaming-Projekt von God of War 3 fertig werden. Aber bis das hier alles durch ist, diese ganzen PS3-Spiele, bis die durch sind, ja, das dauert zwei Jahre bestimmt. Rage wird jetzt, äh, ein bisschen dauern. God of War wird relativ zügig vorangehen, glaube ich. Denke ich mal. Split-Secret auf jeden Fall. God of War 2, meh. Vanquish, meh. God of War Chains of Olympus wird auch schnell durchgehen. Prince of Persia vielleicht auch nicht ganz so schnell. Aber das wird bestimmt zwei Jahre dauern. Also dieses Jahr plus das nächste Jahr mit gerechnet. Bis 2020 wird das bestimmt gehen. Falls nicht. Und es wird vielleicht schon nächstes Jahr vorbei sein. Dann, äh, umso besser. Könnte ich auch mit God of War 3 dann anfangen mit streamen. Ähm, aber ich habe jetzt sowieso erstmal ganz viel zu streamen. Das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Ähm, wie gesagt, Spider-Man, Spyro, äh, gut, Multiplayer-Sachen nicht mehr. Die werde ich nicht mehr streamen, die werde ich nur noch aufnehmen. Damit ich auch ein bisschen was zum Aufnehmen habe, klar. Endlost-Projekte will ich mir auch vornehmen zu, zu, äh, Let's Playen wieder, äh, weiter. Ähm, die Souls-Like. Das ist alles so mein Kanal. Streaming-Projekte, also Streaming-Singleplayer-PS3-Row, äh, PS3s, äh, Let's Plays als Aufnahme. Und Souls-Like, Battles und Endlost-Projekte. Das sind die einzigen Sachen, die ich aufnehmen werde. Der Rest wird gestreamt. Das ist jetzt so die Entwicklung meines Kanals. Ich finde es auch gar nicht so schlimm. Es gibt, äh, ich meine Endlost-Projekte, das heißt nicht umsonst, Endlost-Projekte. Die sind immer riesig, so groß, dass ich die nicht fertig bringen kann. In unter 200 Folgen gefühlt, ja. Das, das geht einfach nicht. Oder 300 vielleicht sogar. Äh, deswegen ist das eigentlich ganz gut, so wie ich das jetzt mache. Battles sind sowieso unendlich lang. Es sei denn, die Server gehen down oder die Leute, äh, sind, äh, die spielen das Spiel halt nicht mehr. Und, ja. Ich frage mich, ob ihr so die Liste, wie sie jetzt so steht, ob ihr die gut findet. Ich meine, jedes zweite Spiel muss ein God of War sein. Weil man muss ja damit ein bisschen vorankommen für God of War 3. Findet ihr das so gut? Gut, das könnt ihr mal gerne schreiben. Falls ihr, äh, nehmt, kenn ich ja. Ähm. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich noch unbedingt sagen wollte? Pfff. Eigentlich nicht. Ja, vielleicht wird Odyssee ja doch ein, äh, ein, äh, endloses Projekt. Muss ich echt mal, echt mal schauen. Weil die Streaming-Projekte sind eigentlich darauf beschränkt auf Story, bisschen Open World, aber nicht zu krass Open World. Das soll halt mein Streaming-Ding sein. Weil zu krasse Open World ist halt wirklich endlos. Und wenn ich mir jetzt Origins anschaue, das habe ich immer noch nicht durchgespielt. Obwohl ich das nicht mal aufgenommen habe. Ich habe zwar einen Livestream dazu gemacht, aber nicht mal aufgenommen habe ich das Spiel. Und ich komme einfach nicht dazu, es durchzuspielen. Deswegen, äh, werde ich das, glaube ich, doch als, äh, Projekt machen. Als endlos. Gut. Dann war es das mit diesem Video. Nachher kommt noch ein Nio-Video. Ein neuer Run. Ein neues Let's Play. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe ein bisschen dafür gefarmt. Haunse rin. Und tschüss.